Relativ gut ist, klar, ist natürlich ein PSN-Spiel, in meinem Fall jetzt hier. Kann man natürlich auch für andere Plattformen downloaden, aber wie gesagt, bei mir ist PS4. Ja, spiel komplett auf Platte, deswegen auch relativ sehr kurze Ladezeiten. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Na los, so, jetzt aber. Wenn man den gleich mal direkt am Anfang... Ja, ich kann X drücken, wie ich will, da passiert gar nichts, das Ding ballert durch. Jupp, okay. Wieso jedes Mal? Scheiße, warte mal, geht das gleich? Restart. Gut, machen wir gleich nochmal. Verdammt. Pro-Tipp. Boosting right before right tight turns can lead to trouble. Ja gut, das ist klar. Bei engen Kurven, da davon ein Boost anhauen, kommt natürlich nicht so gut. Genau, für geradeaus und Rampen sollen wir das eher benutzen. Ähm, ja. Gibt's hin, ne? Aber jetzt hier will ich es trotzdem aus meinem Nutzen, um überhaupt auf die Höchstgeschwindigkeit zu kommen, also schnell zu kommen. Weil ja hier mein Acceleration bei diesem Moped hier ist natürlich hier nicht ganz so hoch. So, alles klar. Also jetzt hier, genau. Nichts gibt's, aber hier kann ich's machen. So, sehr schön. So, wenigstens ging's jetzt hier. Irgendwie so mal, genau nach rechts. Ach, links oben ist ja die Minimap. Ich depp. Na, okay. Wow, puh. Jetzt wollte ich's gerade wissen. Nein, das wird doch wieder so nix. Das wird so wieder nichts. Scheiße. Ich dachte, er zieht zweimal hintereinander gleich durch. Nee, der bricht doch kurz ab. No. Shit. Okay. Muss natürlich auch was mal wissen, ne? Ja, Gott, oh Gott, oh Gott. Tö, scheiße, ey. Ja, so wird es nichts wie in einer Minute sechs. Nee, schon wieder drüber. Ah gut, die EP bekommen wir trotzdem, ne? So ist es nicht. Ah, shit. Ja. Oh, da zählt jetzt weiter? Nee. Nee. Nee, dann nicht immer nur das Höchstwerte. Ah, okay. Also farmen kann man so nicht. Man muss definitiv zu Ende fahren. Äh, fahren und dann mit X bestätigen, dass man rausgeht ins Menü. So gesehen, dann könnte man das Ganze nochmal neu starten. Ah, okay. So, jetzt aber mal. Jetzt richtig. Hoffe ich. Okay, Dubstep ist also auch hier drin. Wie man jetzt gerade eben schön hört. So. Das passt aber auch irgendwie dazu. Okay, na, ich glaube, ich habe es gerade relativ stark gebremst gelernt bei der Aktion und dann gleich nach rechts. War es auch nicht so intelligent. Ja, war echt nice. Also, für so, ich sage jetzt mal so ein PSN-Spielchen. Boah, Alter, ich habe mich schon wieder im Wasser gesehen. Ist echt nicht verkehrt. Moment mal, es gibt hier ja die Trophy da ohne Fahrer, ne? Hat das jetzt gezählt? 1, 0, 6, 7, 4, das ist jetzt ein Witz. Und er hat in dem Fall nicht gezählt, weil mein Moped ging ja nicht alleine über die... Ach, Mann, nicht alleine hier über die Ziellinie. Shit. Naja, gibt es schon noch andere Strecken hier? Verdammte Axt. Jetzt aber. 0,74 war ich zu langsam. Scheiße. Oh, das war jetzt noch schön. Das war jetzt noch schön. So, nochmal schauen. Also, das ist echt schon von Anfang gar nicht mal so einfach. Ich könnte natürlich auch erst mal sagen, ja, okay, kack drauf und warten wir hier, bis ich so ein Ultimate Moped habe. Also, Hydrojet. Und es dann mit dem probieren. Das wäre natürlich die Alternative. So, jetzt habe ich es gerade mal hier nochmal, dass ich schnell auf unsere Stelle komme. Ah, er hat sich wieder so extrem weit rausgetragen hier. So. Genau. Okay, jetzt hier wieder die Kurve nochmal und dann wieder Vollstoff. So, jetzt aber. Jetzt aber. Das gibt es nicht. Ne, ich lasse es jetzt so. Verdammt. Muss man das mal nochmal machen. Shit. Ähm, genau. Mit einem stärkeren Moped oder aufgemotztes Moped. Fuck. Das erste Mal nur zwei Sterne. Ha. Aber wir haben jetzt 5800. Komm, lassen wir das Moped hier upgraden. Ähm, Top Speed. Äh, hö. Was nehmen wir jetzt hier? Acceleration nehmen wir das erstmal einmal. Haben wir das jetzt? Ne. Reservation. Bye. Ah, so geht das. Mechanik. Nice. Die nächste Trophy auch nochmal. Top Speed. Handling. Oh, da geht es natürlich gewaltig gut darum, ne? Komm, das holen wir uns auch mal. Boost. Ja. Den holen wir auch. Ach, komm, was soll es? Und nochmal hier. Beschleunigung. Ne, Top Speed haben wir noch nicht. Top Speed haben wir noch nicht. Dann haben wir das. So, Level 2 kostet jetzt überall 3000. Ne, haben wir nicht mehr. Aber ja, wir haben das Ding jetzt hier immer wieder schon mal abgegradet auf 47er Index. Also Gesamtwertung. Hm, sollen wir es nochmal probieren? Ja, komm, probieren wir es nochmal. Ob man da jetzt hier wirklich den Unterschied erkennt. Zwischen hier Level 1 Upgrade Systemen überall installiert. oder Standard. Jo, das kennen wir schon. Ah, ne. Das war jetzt ein Typ, den wir noch nicht kannten. Egal. Ähm. So, schauen wir mal. Will ich mal wieder anhauen hier. Mal gucken, ob ich jetzt hier 0,33, die hier beim letzten Mal schlechter war. Oh, das ist eher kurvenlagentechnisch schon mal bei weitem besser. Ich hoffe, das sieht man jetzt auch so relativ, dass ich jetzt hier eigentlich gut um die Kurven rumgekommen bin. Und das hier, ja, obwohl ich ja scheiße aufgekommen bin, so ungefähr, voll gegen die Bande und schon wieder Mist. Ob das natürlich jetzt was wird. Naja, mal gucken. Wir haben ja auch mehr höher Top Speed, ne. Mehr Top Speed, mehr Beschleunigung. Könnte vielleicht das D0,33 raushauen hier. Wenn ich jetzt nicht übelst in den Scheiß zusammenfahre. Äh. So, Moment. Und, einmal noch mal kurz hier. Nein, das war wieder über 1,06. 2,9. 2,9. Ha. Nein. 2,9. Ha. Ja, doch, mit X übernimmt er dann wenigstens hier die Kohle und so weiter. Verdammte Axt. Na, komm, egal. Nehmen wir jetzt mal doch hier zu guter Letzt die, den Factory Shift noch mit, das normale Rennen. Und dann kommen wir jetzt einfach mal da rein. Ah, Kacke. Mann, das nervt. Shit. Na ja, wir müssen ja eh noch ein Moped hier maximal upgraden. Das werde ich auch gleich das allererste machen. Ähm. Ja, die restlichen kommt dann schon mit der Zeit, glaube ich jetzt mal. Ja. Gucken. Normales Rennen. Zwei Runden, alles klar. Und zack. Haben wir den Dinger gleich wieder an. Okay. Und zack. Tschööö. Oder auch nicht. Kann man dann da noch auf die Idee. Alter, geil. Was passiert, wenn ich jetzt da durchfahre? Wasser im Gesicht! Wasser im Gesicht! Auf dem Helm! Wow! Kann man da auch dagegen krachen gegen die Brücke, wenn man so langsam ist oder so? Alter, egal! Unter dem komischen Ding da durch eiern! Ist das ein Ventilator oder so? Ne! Bisschen groß, ne? Äh! Äh, ich seh nix! Ach, scheiße! Da wäre ne Schanze gewesen! Okay! So! Da auch! Mist! Ist natürlich jetzt doof, wenn ihr die Strecke nicht kennt! Äh! So! Genau! Links! Da vorne wird es wieder enger mit links! Hatte ich den schon? Ja, hatte ich schon! Mist! So, dann den! Wow! Shit! Ich werde jetzt fast nach oben rauf gekommen! Kacke! Wow! Gibt es bestimmt noch noch Gelegenheit dazu! Ich denke mal, die Strecken werden sich schnell mit der Zeit wiederholen! Oder so! Aber das Lied ist gerade auch geil, ne? Hat so ein bisschen was für DJ Bobo! Haha! Wenn ihr den doch kennt! Ist klar, auch etwas älter! Na, also ich halt! Äh, ja! Haha! Ja! Oh, nice! Meilen wird erster! Gut, also Hotlab ist dann schon mal eher ne Herausforderung! So, alles klar! Hier nochmal rüber! Genau! Jetzt kommt die schmale, enge Stelle hier! Ja! Ja! Und er ist da! Ah! Jupp! Sehr schön, sehr schön, sehr schön! Nochmal 3 Sternchen! 1. 1.200 Dollar wieder! Und Level 3! Nice! Nur 2.000 Dollar oben drauf! 1 Skill Point! Schauen wir doch gleich mal nochmal! Genau! Lazy Boy! Gibt dann bestimmt auch immer das dann Macht! Im Gegensatz zu dem Flip dann! Den ich ja hier theoretisch hier! Genau! Bar Hop zum Beispiel! 2 nach oben! Äh! Gibt dann bestimmt mehr Boost! Warte mal! Da ist 2x1! Okay! Hier steht nichts dran! Ach! Das ist wenn du 2x dann hintereinander nach oben drückst! Kommt Rockstar! Okay! Warte mal! Was bricht man hier? Ah! Nur 1 Skill Point! Dann nehmen wir doch jetzt einfach mal den Rockstar! Ne? Nehmen wir mal den! Äh! Ist jetzt ausgewählt? Ja! Okay! Vierfach an Boost! Anstatt wie jetzt hier bei den Basic-Dingern oder Basic-Dingern nur 2! Okay! Also 2x die Tasse nach oben hämmern! Linker und rechter Stick! Alles klar! So! Was haben wir denn jetzt hier? 47! 5700! Okay! Da hat mich das jetzt nervt! Äh! Neh! Genau! Da raus! So! Upgrade! Nehmen wir jetzt mal nochmal die Beschleunigung! Neh! 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 Top speed! Ah! BÄM! Gott! Jetzt mal nochmal! Einmal geht noch! Einmal muss noch diese Hotlab! Das geht gar nicht! Das muss doch jetzt machbar sein! So! Zack! Mehr höhere Höchstgeschwindigkeit! Ah ja! Seeehr schön! Das war gut! So, was machen wir hier? Die nächste Welle bitte, danke. Den Rockstar probiere ich da gleich mal aus, sobald wir hier da hinten sind. Wo man so ein bisschen weiter runterfliegt. Mal schauen. Nice. Hahaha, nice. Alter, dreiviertel Boost voll, ungefähr. Ja, ja. Nice, nice, nice. Das ist natürlich schon mal ein anderes Kaliber hier. Hahaha. Also das wäre jetzt gewesen, wenn ich voll in der Welle lande und mich dann runterhaut. Nur wegen dem Boost. Das wäre jetzt noch voll gewesen jetzt. Nein, nein, was haut es mich da jetzt wieder so weit weg? Nein. Reicht das noch? Nice, reicht. 1,05 war das irgendwas. 1,05,03. Na, endlich. Drei Sterne. Geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. Genau. Drei Sterne. 3, 3, 3, 3. Perfekt. Genau. Zwölf von zwölf. Mir geht nicht. Nice. Dann würde ich meinen, was wir denn das hier für strecken? Für das nächste Mal Elimination kommt dann zum allerersten Mal hier. Hotlab, die zweite. Ganz normales Rennen. Elimination nochmal. Und das Rennen, da fehlen noch ein paar Sternchen. Okay. Ja, nice. Dann mache ich erstmal nochmal an dieser Stelle ein Päuschen sein. Natürlich mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist natürlich jetzt gleich wieder eine Doppelfolge zum Start dieses neuen Let's Platins, wie mittlerweile eigentlich meistens bei mir. Genau. Dann geht es beim nächsten Mal los hier mit dem ersten Elimination Rennen. Und dann schauen wir dann mal, was das ist. Klar, ich schätze zwar so viele Runden fahren, bis nur noch schlussendlich einer übrig ist. Aber wie gesagt, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch was. Ne, haut rein. Servus. Und ciao.